So, wir sind jetzt bei der 30. Folge und wir haben gerade hier noch, wenn ich das richtig sehe, genau, die Kristallärze suchen wollen. Wir haben ja hier in der Vergangenheit die Wallin besiegt, also gerade nicht getötet oder vernichtet, aber besiegt und er ist sozusagen wieder gut geworden. Und jetzt, nachdem das sozusagen vorbei gewesen ist, haben wir noch die Aufgabe bekommen, jetzt hier so Kristallärze und so etwas zusammenzusammeln und das ist scheinbar die Aufgabe. Aber ich denke, wir gehen gleich mal hier. Gut, okay, das... Wagner möchte dort nur nach seltenem Kristallärze suchen. Okay, das machen wir ja. Oder machen wir den. Ich glaube, jetzt stehen wir hier, gerade vor einer ingeren Wand, am besten gehen wir mal hoch und lassen uns dann schön traditionell runtergleiten. So. Oder gleitet den schön traditionell runter. Irgendwie so. Okay, wir haben den falschen Punkt erwischt. Upp. Das ist die falsche Taste gewesen. Wir wollen natürlich M. genau, da ist es besser. Ja. Dann gehen wir doch gleich mal zu dem. Genau, da ist es besser, ja. Wir können mal gleich mal zu dem gehen. Wenn man da schon so rausfliegt. Oh, nek. Ähm. Ah, verdammt. Aber meins, triggert, oder? So, also, jetzt sind wir wieder fliegen gebraucht, oder? Ja. Oh, das war 2, 2, 3. Eis, triggert. Ja. Hau. Nie. Ähm. So, weiter gehts. Man hat uns natürlich direkt hier zu diesem Punkt teleportieren können. Zum Nachhinein. Zum Nachhinein. Um, nachhinein. Zum Nachhinein. Ich habe die Hachmenni da. Ich kann noch ein paar Rüble mitnehmen. Ah ja, fast noch ein Rakt. Oh, okay, dann kann man etwas haben. Ich habe ihn nicht hüten lassen, sonst werde ich gleich. Der Strom reagiert, glaube ich, recht böse mit meinem Wasser. Das nehme ich jetzt mal. Let's have a begin... Yuh. 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 Huh. So, die Kiste ist frei und das letzte mührliche wir haben nicht mehr. So, das sind die Kristallen. Ah, da hat sie auch noch ein Kristall. Und dann kommt da auch noch eins. Ja, dann gehen wir. Ja. Ja. Oh, schau mal die Sparkle. Ich hoffe, das ist nicht ganz so effektiv oder effizient. Wie sie da. Also im Prinzip haben wir unsere Aufgaben schwer gefüllt, wenn wir einfach vor Ort sind. Aber wir nehmen natürlich gerade noch die Ressourcen mit Menschen. Also wir versuchen es wieder mit den Barbara. Das ist auch jetzt immer noch unsere Schwächste im Team. Wenn wir anschauen, ja. Die anderen haben wir ja auch letztens ein bisschen hochgelevelt. Sie sind sogar bei Stufe 30. Sie ist halt noch so ein bisschen am hinten nachgelegen. Wenn sie sie auch noch mal frisch gekriegt hätten. Ah, frisst. Ah, das ist der andere, der mich frisst. Sogar mit cup transformations ist in dieser Stelle. Am Ende. Ah, es ist der andere, auch immer wieder zu Hause Leadersöne von Goku aus. Sogar mit drinking, k veces zu wenigności ist. Ich werde uns schützen. Geh, Barbara, geh! So, kalibär wieder. So, kalibär wieder. Bäm. Wir sind halt gleichzeitig noch live streamen, sozusagen. Isos Radio. Replay Radio, sozusagen. Das streamt jetzt im Hintergrund gleichzeitig noch live in Cube. Ich lasse das auch gleich mit dem Handy zur Zeit. Es ist eine chillige. Es ist einfach so eine Musik, die läuft, die man hören kann. Und dazu laufen halt eigentlich einfach Replays von Genshin Impact, die ich gespielt habe. Ja, jetzt wird es einfach ein bisschen kritisch. Ich halte dann ein paar Browser Tabs und so offen. Okay, machen wir es. Aber das ist einfach noch, ich brauche das ganze Weg zu lange. Das ist ja gleich noch. Soberg, das ist ja geil. Und dann zu ihm nochmal das Blumen ab. Also, ich brauche mal. Ich brauche es noch nicht. Das war's für heute. Oh, ich werde es schnell gehen. Ich werde es schnell wieder hier legen. Oh, ich werde es schnell gehen. So cool. Ah, ich werde es schnell. So, jetzt haben wir uns schön erarbeitet mit den Barberen. Weisskohl müssen wir dann gleich schon mitnehmen. Okay, Zutaten müssen wir erst noch ein bisschen sammeln. So, äh, machen wir das hier, teleportieren. Okay. 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 So, ich werde auch schick-sack. Ah, verdammt. 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 Ah. Ah, verdammt. 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 Snacks, das steht von da. Ja, kommen die minimal. So. Ich habe gerade gesagt, wir müssen es nicht in den Kampf verwickeln, aber wir haben es schon gefehlt. Aber hier kann man es schneller finden. Ich werde es nicht in den Kampf verwickeln. Was macht er? Das ist ein Aufsatz. Was macht er? 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 Dass es noch so weiss sein sollte. Irgendwie etwas in die Richtung noch wertvoll könnte sein. Schauen wir mal her. Was macht er? Was macht er? Ja ok. Doch noch ein paar Abfragen. Ich werde es auch mitnehmen. Es tut gerade noch mehr. Ok. Super. Dann haben wir den Auftrag auch schon erledigt. Weiss cool. Immer mitnehmen. Immer gut. Zutaten. Und zurück können wir uns natürlich abhorten. Mundstadt. Schreiber. Okay. Barsch. Vielen Dank. Alles. 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 Was ist es. Was ist genau das? Ich habe nicht rechtsinnige Fragen. Was ist das? Ja hier sind sie Keine andere Gut, tipptopp. Ein paar Mauer angekriegt. Ein bisschen könnte Gold. Ähm, können wir noch mal schauen nach weiteren Aufträgen. Ja, das war doch mal die schildige 30. Folge. Zumindest... Wie sollen wir das? Ja, ich habe es. Zumindest, wenn ich da nicht noch ein paar Sachen aufteile oder umändere, dann wäre das jetzt auch die 30. Folge gewesen. Schauen wir mal, was die nächsten Aufträge so bringen könnten. Und die neue nachher zuerst einmal würde ich sagen. Ähm, grosse Reinigung. Ja. Dann gehen wir doch in der nächsten Folge ein bisschen Morgenröte. Gehen Wein degustieren. Und reinigen. Ist doch eine gute Aufgabe, sicher. Ja, an dem Fall. Ja. 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 Ja.